herzlich willkommen bei mega caravan bei uns auf dem kanal ich mache heute ein kleines wochenendvideo weil ich euch ein wunderschönes langes wochenende wünschen möchte leider ist das wetter nicht ganz so toll bei uns hat es jetzt ein richtiges regnen angefangen kalt ist aber gut wir können mal einen tag länger schlafen oder ausschlafen weil wir einen tag leer frei haben die uhrzeit wird umgeschalten nicht vergessen wir haben jetzt wieder winterzeit und ihr wird euch jetzt bestimmt fragen warum steht hier so eine eklige tonne ganz einfach das ist eine tonne von einem guten guten freund von mir von uns der uns diese mitgebracht hat weil wir nämlich an den advents wochenenden die ja nicht mehr allzu weit weg sind bei uns hier bei mega caravan so bissl das weihnachtsfeeling aufkommen wollen und das wird unsere feuertonne unter anderem haben wir auch ein paar andere sachen noch organisiert wie zum beispiel einen heizpilz und ein paar stehtische die wir dann vor unserem laden platzieren werden und an den advents wochenenden auch so ein bisschen lebkuchen glühwein wo wir hier bei uns zunehmen zu sich nehmen kann ein bisschen nettes beisammen sein und unter anderem dann könnt ihr ja nachmittag gegen abend auf dem dingelsbühler weihnachtsmarkt der wunder wunderschön ist den kann ich nur herzhaft oder herzlichst empfehlen ein sehr sehr schöner weihnachtsmarkt ja nur ein bisschen nicht so kommerziell sondern noch so ein bisschen mit handwerkskunst und so weiter also ich muss sagen es ist wirklich ein der schönsten weihnachtsmärkte für mich persönlich und ich kann den wirklich nur jeden empfehlen mal anzuschauen und wir hier machen dann eben so ein bisschen vorstimmung bei uns hier einen kleinen weihnachtsumtrunk und dafür ist diese tonne ein bisschen ja feuer tonne bisschen feuer warm machen draußen mit mit ein bisschen heizpilz für die raucher natürlich kann man auch herinnen sein glühwein trinken und das ist unser vorhaben da freuen wir uns schon drauf dass wir das entsprechend so umsetzen können jetzt schauen wir mal noch kurz in die werkstatt weil da waren wir auch noch fleißig was wir heute alles gemacht haben nehme ich euch mal mit so zum einen haben wir mit unserem bürstner angefangen aber das ist jetzt gar nicht so wichtig weil da gibt es noch ein separates video dazu sondern schaut mal wir haben hier wieder fleißig unsere beleuchtung weiter gemacht wir haben hier weil durch die dunkle jahreszeit die lichter was hier drin waren waren wirklich nicht mehr schön wir haben jetzt hier lauter neue werkstattleuchten hingemacht bis ganz dahinter und hier auf der seite auch noch das sind noch die alten leuchten die kommen natürlich noch weg und das ist richtig schön worden also muss ich wirklich sagen schaut richtig mega aus also super super toll geworden und jetzt sehen wir hier wieder richtig was weil eine werkstatt ohne anständige beleuchtung ist echt mies und auch hier haben wir unser alte funsel weg auch hier haben wir jetzt richtig schönes helles licht dass man hier auf der werkbank was sieht also jetzt wird es eine ganze runde sache und wir werden die werkstatt auch noch weiter aufhübschen aber alles geht nicht auf einmal alles geht nur nach und nach und dann habe ich ja gesagt wir haben hier beim bürstner habe ich heute mal angefangen da habe ich die heizung schon raus gebaut und hier haben wir dann detailliert noch die neuen elemente wo verbaut werden unter anderem schaut es jetzt hier kurz so aus der platz ist leer ihr seht da wird jetzt vorbereitet für die neue heizung und jetzt gehen wir mal außen rum da kommt ja dann außen der neue kamin rein den liegt schon hier hier musste ich kurz den alten raus bauen und wie wir das dann machen das zeige ich in einem separaten video hier mache ich nämlich darum dauert das alles ein bisschen länger darum mache ich das auch selbst ein komplettes einbau video und da bin ich ja mal gespannt wie das wird und hoffentlich wird es so wie ich mir das vorstelle ja hier steht der heizpilz den haben wir jetzt mal hier reingestellt der ist heute auch gekommen damit wir den dann draußen aufstellen können um eben die schönen adventsamstage hier zu genießen und da freuen wir uns schon richtig drauf ja das einfach mal so was heute am samstag hier los war waren wieder jede menge nette nette camper da tolle begegnungen muss man wieder sagen haben wir heute wieder gehabt also alles in allem echt wunderschön es ist immer schön wenn ihr uns hier besucht da freuen wir uns immer richtig drauf und für dem her ganz ganz lieben dank es war wieder richtig was los und das ist einfach toll also das macht einfach richtig spaß in dem sinn wünsche ich euch nochmals ein wunder wunderschönes wochenende genießt wir werden jetzt auch mal langes wochenende haben wobei ich hier samstag sonntag sonntag montag so ein bisschen an der heizung wahrscheinlich was machen wir damit ich das mit video und so weiter mal gucken wie wir das hinkriegen und aber auch ich mache ein paar stunden auf alle fälle frei und euch wirklich ein nettes schönes tolles wochenende und ich hoffe dass das wetter noch ein besser wird ich weiß es nicht aber ich hoffe zumindest ihr habt noch gar nicht reingeschaut in dem sinn bleibt gesund liebe grüße aus dinkelbühel über ein daumen hoch freue ich mich natürlich wie immer genauso wie über ein like von euch habe ja gerade gesagt daumen hoch gleich heute ein wenig durcheinander waren zu viel heute über ein abo wollte ich noch sagen und ja in dem sinn alles gute aus dinkelbühel bis bald ciao und ja und ja